Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Operation Blutpfeil. Die bekommt ihr automatisch, nachdem ihr die Quest, die Vorquest abgegeben habt und der Ruf bei der Fraktion 7. Legion sich zwischen 4.475 und 4.550 befindet. Ich habe die Zahlen auch hier im Chat, falls ihr sie akustisch nicht verstanden habt. Den Ruf für diese Fraktion könnt ihr auf Zandalar fahren mit den Weltquests. Da gehört fast jede Weltquest zu dieser Fraktion. Nicht jede, aber fast. Die Quest gehört zum Erfolg gerüstet zum Krieg. Mit dem Unterwerfvolk Jagd auf die Dunkelheit. Das sieht man auch im Questlog. Kriegskampagne Jagd auf die Dunkelheit. Abzugeben ist sie in Boralus bei Halford-Würnbahn. Die Map habt ihr gerade schon gesehen, ist noch grün, dass sie noch nicht lokalisiert ist. Da die Quest aber auf 120 ist, solltet ihr euch hier schon ein bisschen auskennen. Zeige euch dennoch ein bisschen die Umgebung. Nun sollten noch Links eingeblendet werden zu Vorquest auf der linken Seite und Folgequest auf der rechten Seite. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao